Heute in der Sendung ÖPNV in der Region, Regiobus bleibt für die nächsten zehn Jahre. Menschenleben retten über das Ehrenamt bei den Johannitern und zauberhafte Sportart Quidditch in Hannover. Außerdem haben wir den Eisvergleich in Hannovers Eisdielen gemacht. Was gibt's wo, das erfahren Sie gleich. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu 05 FTV Lokal, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Los geht's mit diesem Thema. Den Busverkehr im hannoverischen Umland übernimmt auch in den nächsten zehn Jahren Regiobus. Dem hat die Regionsversammlung heute zugestimmt. Und schon vorher haben Regionspräsident Hauke Jagau und Verkehrsdezernent Ulf Bürgerfranz über die neue alte Kooperation berichtet. Die Region Hannover freut sich darüber, den Auftrag für Busverkehr im Umland an das eigene Tochterunternehmen Regiobus geben zu können. Verkehrsdezernent Ulf Bürgerfranz verspricht auch eine Qualitätssteigerung bei den Bussen, zum Beispiel WLAN-Netzwerke. Ein Fokus soll bis 2030 auf Elektro- und Wasserstoffbussen liegen. Auch Regionspräsident Hauke Jagau ist von der neuen, alten Kooperation überzeugt. Es bedeutet für die Menschen, die in der Region leben, dass sie ein zuverlässiges Busunternehmen haben werden mit modernen Bussen, mit Fahrern und Fahrerinnen, die vernünftig bezahlt werden und mit der Sicherheit, dass die Veränderungen, die notwendig sind, auch schnell umgesetzt werden können. Um wirtschaftlicher zu werden, soll Regiobus bis 2024 jährlich rund 2,9 Millionen Euro einsparen. Dadurch kann es auch in Zukunft zur Streichung von Fahrten kommen. Und auch mit Personalabbau muss das Unternehmen rechnen. Bis zu 66 Arbeitsplätze sollen eingespart werden. Fußball verbindet. Das dürfte für die meisten nichts Neues sein. Und deshalb veranstaltet der Verein für Inklusion Mittendrin Hannover am kommenden Wochenende ein Fußballcamp. Mit dabei sind unter anderem auch die Bolzplatzhelden. Der Verein hat sich Inklusion übrigens als sein Leitziel gesetzt und macht einen Unterschied zur Integration, bei der von zwei parallel bestehenden Gruppen die Rede ist. Das Camp ist für alle Kinder von 6 bis 15 Jahren gedacht und startet am Samstag um 10 Uhr. Unter mittendrin-hannover.de gibt es alle Infos zur Anmeldung und Teilnahmegebühr. Menschenleben retten. Das ist das, was Ralf Thomas antreibt. Er arbeitet ehrenamtlich beim Katastrophenschutz der Johanniter Unfallhilfe in Hannover. Marius Müller hat den Helfer für seinen Abschlussfilm getroffen und mit ihm über seine Arbeit geredet. Ehrenamtliche im Katastrophenschutz in Niedersachsen, so heißt der Film, den wir Ihnen jetzt zeigen dürfen. Bitte schön. Mein Name ist Ralf Thomas. Ich bin im 15. Einsatzzug der Johanniter Unfallhilfe im Katastrophenschutz tätig und dort eingesetzt als Gruppenführer im Bevölkerungsschutz. Bin hauptberuflich auch bei der Johanniter Unfallhilfe, arbeite dort im PRM-Service am Flughafen Hannover. Das heißt, wir bringen Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, die nicht richtig laufen können, die motorische Ausfälle haben, ins Flugzeug und holen sie auch wieder ab, damit die Barrierefreiheit reißen können. Zu meinem Ehrenamt hier bei den Johanniter bin ich gekommen über die Feuerwehr, wo ich seit 27 Jahren schon ehrenamtlich tätig bin. Wir hatten dort bei einer Veranstaltung einen medizinischen Notfall, haben dort angefangen, erste Hilfe zu leisten. Dort habe ich festgestellt, dass mein Fachwissen nicht ausreicht. Da wurde ich dann allerdings adäquat unterstützt von einem Helfer hier aus dem Ehrenamtszug, der mir gezeigt hat, dass man das halt nebenberuflich lernen kann und dann halt das Wissen auch weitergeben kann und dann adäquate Hilfe leisten kann. Zu helfen bedeutet für mich, dass ich für jemanden da sein kann, der meine helfende Hand einfach braucht, medizinisch im Einsatz, im Katastrophenschutz, im Bevölkerungsschutz sowie auch im Sanitätsdienst, allerdings auch privat. Wenn jemand ein Problem oder eine Krise hat, wo ich ihm helfen kann und sei es nur durch Zuhören, ist das halt eine schöne Sache und daraufhin fühle ich mich halt hier sehr gut aufgehoben, weil ich dahingehend weiter ausgebildet werde. Tatsächlich erfüllen mich hier am meisten die Tätigkeiten, wenn ich medizinisch arbeiten darf am Patienten. Mir wurde hier ein Weg der Ausbildung gegeben, wo ich mich zum Rettungssanitäter weiterbilden darf, meinen Grundlehrgang jetzt auch schon abgeschlossen habe. Dann wurde aus der Feuerwehr tatsächlich mein Truppführer hier anerkannt. Aufgrund dessen durfte ich mich jetzt auch zum Gruppenführer weiterbilden lassen im Bevölkerungsschutz. Und das ist halt das, was mich erfüllt. Also das ist ein Geben und Nehmen bei den Johannitern. Ich gebe meine Freizeit mehr oder weniger, bekomme aber dafür auch Ausbildungsmöglichkeiten. Und das ist eben das, was mich auch ein bisschen antreibt tatsächlich. Geld ist hier nie ein Thema im Team. Was uns halt Spaß macht, das sind die medizinischen Möglichkeiten, die wir hier haben, die Ausbildungsdienste, das Lernen an sich. Und ja, die Arbeit im Team, das Lösen von Aufgaben im Team und auch das Lösen von Aufgaben, wenn wir dann wirklich im Sanitätsdienst arbeiten. Und da ist halt entgeltlich, ist nicht unser Interesse da dran, sondern dann tatsächlich der Dienst an der Allgemeinheit und der Spaß an der Sache. Dadurch, dass ich in meinem Privatleben schon so den einen oder anderen stressigen Teil erleben musste, auch meine Mutter musste 2017 erfolgreich reanimiert werden, nehme ich hier aus dem Ehrenamt tatsächlich mit, dass ich viel entspannter an solche Dinge reingehe und ja auch entspannt in die Zukunft schauen kann. Das ist, ich habe halt nicht mehr so einen hohen Stresslevel. Den allgemeingesellschaftlichen Zusammenhalt draußen, würde ich sagen, der ist, ich drücke es vorsichtig aus, so gut wie nicht vorhanden. Das spiegelt sich hier tatsächlich in unseren Ehrenamt nicht wieder, weil wir hier an einem Strang ziehen, in eine Richtung laufen und tatsächlich einen guten Zusammenhalt haben. Also ich finde, grundsätzlich sollte jeder mal in ein Ehrenamt reinschnuppern, weil man halt eine Gemeinschaft erfährt, die einfach da ist. Privat wie auch im Dienst tatsächlich und zu gesellschaftlichen Situationen dazu beitragen, sich ehrenamtlich zu engagieren, würde natürlich die Gesellschaft an sich stützen. Jeder muss für sich selber unterscheiden, ob er das überhaupt möchte, wie fern er das kann und welchen Weg er gehen möchte, ob er bei den Rettungsdienst, über die Feuerwehr oder einfach nur im Sportverein hilft. Aber wenn man, ich glaube, gerade bei uns im Bereich nachfragt, was wir am Abend am besten fanden von so einem Tag, können wir ganz ehrlich sagen, Menschenleben retten ist halt das eindrucksvollste, was einem passieren kann dabei. Hinter uns liegen die bisher heißesten Tage des Jahres. Und auch wenn Sie die Hitze vielleicht nicht allzu sehr schätzen, so ist sie doch ein Riesengeschäft für Hannovers Eisdielen. Aber Eis ist nicht gleich Eis. Meine Kollegin Seda Wader hat sich auf den Eisdielen-Streifzug gemacht und herausgefunden, welche besonderen Leckereien Sie wo zu kaufen bekommen. Im Sommer braucht man vor allem eins, eine Abkühlung. Und die bekommt man am besten durch ein erfrischendes Eis. Und genau deshalb gucke ich mir heute Hannovers Eisdielen ein bisschen genauer an. Als erstes geht es zum Eisladen Nice-Zeit im Stadtteil Linden-Nord. Hier betreibt Michael Kronlage seit März sein Geschäft am Schmuckplatz. Wie es zu der Idee kam, erzählt uns der Inhaber selbst. Eigentlich bin ich Mediziner und hatte vor vier, fünf Jahren, habe ich in Osnabrück den Cold Stone gesehen. In einer Eisdiele, die Cold Stone gemacht hat. Allerdings nicht mit eigenem Eis. Und das hat mich so ein bisschen angefixt, habe das dann recherchiert und das gab es in Deutschland so gut wie gar nicht, Cold Stone. Besonders wichtig sind ihm die Inhaltsstoffe seiner Produkte. Bio und nachhaltig soll es sein. Darauf achtet er auch bei den Eiswaffeln und Bechern. Dabei soll die Produktion so transparent wie möglich sein, weshalb der Laden einen Einblick in das Labor gibt. Mir ist Transparenz wichtig, einfach. Die Leute sollen sehen, was wir machen, wie so ein Eis entsteht. Eine weitere Besonderheit ist die Cold Stone-Methode. Dabei werden Eissorten auf eine kühle Eisplatte gelegt und miteinander vermengt. Mit ein paar selbstgewählten Toppings drauf, ergibt das Ganze eine individuelle Portion. Den Geschmackstest hat das Eis von NiceCite auf jeden Fall bestanden. Und weiter geht's zur nächsten Eisdiele. Eine andere Besonderheit gibt es bei Massimos Eiscafé. Die Eisdiele ist eine von drei Standpunkten in Hannover. Seit 1928 produziert und verkauft die Familie von Massimo Dalasta die verschiedensten Eissorten. Dabei hat sich eine Sache nicht verändert. Die Bindung zu den Kunden. Es kommen immer noch Omas hierher, die mich erkennen als den Sohn von Massimo. Und die dann sagen, ich war schon damals bei deinem Opa Eis kaufen. Ich glaube, das ist unvergleichlich. Nicht nur in Hannover, sondern in vielen Städten in Deutschland so. Dass jemand kommt und über drei Generationen hinweg Eis verkauft. Und jemand, der über drei Generationen hinweg Eis kauft. Neben dem Kundenkontakt ist aber auch die traditionelle italienische Eisherstellung wichtig. Dabei gibt es Sorten, die komplizierter sind als andere. Wenn ich was nehmen würde jetzt, um mal zu testen, was ein Eiscafé so kann, wenn ich mal in einer anderen Stadt bin oder irgendwo anders, würde ich immer mal zum Beispiel Stracciatella nehmen. Das ist handwerklich sehr anspruchsvoll zu machen. Und das geht nicht so in einem einfachen Prozess, weil andere einfachen Schokolade ist relativ einfach. Kakao rein, Milch rein, Zucker rein und dann in eine Maschine und dann warten, dass es rauskommt. Stracciatella musst du von Hand machen, damit es richtig gut wird. Und das ist immer so ein Merkmal davon, wie gut ein Eiscafé arbeiten kann. Tradition und enger Kundenkontakt. Das ist für die Familie wichtig. Und das schmeckt man auch. Ein paar Bahnstationen entfernt findet man die Eismanufaktur Frioli von Tanja Metz. Ein Blick in die Eisvitrine zeigt, hier wird gerne herumexperimentiert. Dabei legt die Besitzerin viel Wert auf die einzelnen Rohstoffe. Ob veganes Paranusseis, Lavendel oder Erdbeere-Basilikum, bei den wechselnden Eissorten ist für jeden etwas dabei. Egal, ob klein oder groß. Das macht mir schon viel Freude, immer mal wieder was Neues zu kreieren, neue Ideen umzusetzen, neue Sachen zu entdecken auf dem Markt. Auch wo man denkt, oh, da könnte ich jetzt was draus machen. Das macht mir unglaublich viel Freude. Das Eis wird im hinteren Teil des Lahns produziert. Laut Tanja Metz ist die Handarbeit in ihrem Beruf sehr wichtig. Wir arbeiten hier sehr, sehr viel in Handarbeit. Und das ist sehr aufwendig. Aber ich finde, dass sich das Ergebnis dann auch lohnt. Wer also außergewöhnliche Resorten ausprobieren will und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Rohstoffe legt, kann sich in der Eismanufaktur Frioli durchprobieren. Ich genieße jetzt noch die Sonne. Und vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust auf ein Eis bekommen. Harry Potter gehört mit seinen Freunden Hermine und Ron zu den beliebtesten Roman- und Filmfiguren überhaupt. Neben der Zauberei gibt es in der magischen Welt des Helden auch eine ganz besondere Sportart. Sie heißt Quidditch und wird, wie sollte es anders sein, auf Besen gespielt. Diese eigentlich magische Sportart gibt es jetzt aber auch bei uns in Hannover für sogenannte Muggel, also nicht magier. Wir waren bei einem Training dabei. Auf dem Besen durch die Luft fliegen und den goldenen Schnatz fangen. Quidditch ist die beliebteste Sportart im Harry Potter-Universum. Und wer sich jetzt denkt, dass es in echt doch gar nicht möglich ist, der sollte genau aufpassen. Denn ich spiele heute Quidditch mit den Swooping Evils. Im Allgemeinen ist Quidditch ein Teamsport, bei dem mit verschiedenen Bällen gespielt wird. Für die Spieler wird es jetzt ernst. Ziel ist es, mehr Punkte als die gegnerische Mannschaft zu erlangen. Quidditch als Sportart wurde 2005 von Studenten in den USA entwickelt. Dabei wurde versucht, so nah am Original der Harry Potter-Reihe zu bleiben wie möglich. Es wird auch egal, bei welchem Wetter immer draußen gespielt. Die Teams bestehen aus sieben Spielern, sowohl Mädchen wie auch Jungen. Ich darf heute zum ersten Mal Quidditch mit den Swooping Evils spielen. Vorkenntnisse braucht man keine. Denn man muss kein Harry Potter-Fan sein, um mitspielen zu können. Niklas Koller spielt schon seit zwei Jahren und erklärt mir, was ich alles brauche. Und wie läuft so ein Spiel jetzt ungefähr ab? Hinter uns sieht man die ja schon fleißig am Spielen. Es gibt sieben Spielmitglieder in einem Team. Dort sind es drei Jäger, die versuchen, den Volleyball durch einen der großen drei Torringe zu werfen. Und dann gibt es noch zwei Treiber, die versuchen mit dem Dodgeball gegnerische Teammitglieder abzuwerfen. Und dann kommt nach 17 Minuten der Schnatz aufs Feld. Das ist eine unparteiische Person, meist aus einem dritten Team bei einem Ligaspiel. Und nach 18 Minuten dann die beiden Sucher der jeweiligen Teams, die dann versuchen, einen Tennisball, der hinten an der Hose des Gegners befestigt ist, zu schnappen. Jedes Team hat drei Tore in Form eines Kreises. Für jedes Tor gibt es zehn Punkte, für den Schnatz 30. Wenn dieser gefangen wurde, ist das Spiel beendet. Eine Runde dauert circa 20 bis 25 Minuten. Auch internationale Wettbewerbe gibt es. Die Weltmeisterschaft war dieses Jahr in Florenz. Mein Fazit, mit Magie hat die Sportart wenig zu tun. Vielmehr sind Konditionen und taktisches Denken gefordert. Am Anfang ist es eher befremdlich, mit einer Stange zwischen den Beinen zu laufen. Aber wenn man den Dreh erst einmal raus hat, bietet die Sportart jede Menge Spaß. Und eine Meldung noch ganz zum Schluss. Die Sommerferien in Niedersachsen stehen vor der Tür. Und an den ersten beiden Ferientagen bietet die Hochschule Hannover für Schülerinnen und Schüler ein besonderes Angebot an. Bei der sogenannten Summer School können sich Interessierte über verschiedenste Studiengänge informieren. Ob Vorlesungen, Übungen oder aber Laborbesichtigungen, alles kann besucht und erlebt werden. Mehr Infos gibt es im Internet unter hs-hannover.de. Ein Schwerpunkt der Summer School liegt auf den sogenannten MINT-Fächern. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und das war's auch schon wieder mit 0511 TV-Lokal. Schalten Sie natürlich auch morgen wieder ein, wie immer um 18.45 Uhr. Dann gibt's wieder Sport bei uns in der Sendung. Das war's von mir. Machen Sie's gut. Ihnen noch einen schönen Abend. Das war's von mir.